Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, eurem Oxy Ocelot. Und das Spiel ist gerade verpackt, deswegen habe ich auch einen anderen Skin genommen, weil ich den anderen leider nicht geben konnte, aber der ist ja auch so mäßig Kacksenart. Ich hoffe, der geht ganz klar. Und Leute, winken kann ich auch nicht, weiß nicht, keine Ahnung. Aber Leute, wie süß bist du denn? Süßen Babywolf, warte mal. Das ist sogar im Inventar. Komm, wer hat mich freuen, du bist so süß. Oh, wie süß. Also das am Anfang ist ja echt mega süß. Am Anfang so ein süßes Tier. Komm mit, du bleibst hier. Komm mit, hallo. Komm mal bitte hier rein. Komm doch mal. Komm mal bitte her, süßer Frax. Nein, ich komme nicht. Nerv nicht. Oha, schade dein Verhalten. Das war ja gerade mal richtig schade. Er sagt einfach... Also das war's ja mal hier komplett. Komm her. Die haben wir jetzt auch gezähmt. Gucken, ob er jetzt kommt. Wenn wir seinen Kollegen, Bruder, Schwester, Mama, Papa, was auch immer auch geholt haben. Mal gucken, ob er jetzt kommt. Okay, kommst du jetzt? Nein, ich komme immer noch nicht. Traf mich nicht, AMK. Oha, schade, dass er uns einfach beleidigt. Schade dein Verhalten. Kommt jetzt her. Kommt doch jetzt mal her, Hundi. Wie oft noch, er will nicht kommen, Lars, mein Bruder, AMK, du Nervensäge. Schade. Also ihr seid richtig frech. Kommt ihr, Ex. Ich will euch nur ein neues Haus geben, Mann. Ich versuch jetzt mal, dass ihr lieb werden, Leute. Bis gleich. Okay, Leute. Jetzt mögen die Milch, jetzt sind sie lieb. Seid ihr jetzt lieb? Ja, wir sind jetzt lieb, Ross. Lasst ein Like und Abo da, sonst Schälle XD. Ja, das will ich auch sagen. Lasst ein Like und Abo da, sonst kriegt ihr eine Schälle von diesen zwei süßen Hunden XD. Also ihr seid mir ja welche, hä? Aber süß seid ihr ja. Für euch müssen wir eigentlich auch mal ein Gehege bauen. Komm, wir bauen jetzt für die ein Gehege. Junge, es wird dunkel, geh schlafen. Okay, ihr habt ja recht, ich geh schlafen. Bitte nacht, Leute. Bis gleich. Guten Morgen, gut geschlafen. Ja, ich hab gut geschlafen, Leute. Oder ist ja noch einer draußen? Lass meinen Bruder rein, AMK, ihm wird kalt, du Paulberger. Ja, ich bin ein Paulberger, ich weiß. Ja, ich lass dich ja schon rein, komm. Hallo, komm doch. Geh rein, muss ich dich swingen oder was? Mir wird doch kalt. Junge, lass mich veräppeln. Hier hab ich da euren Bruder auch noch. Seht dich schön hin. Ich baue euch erstmal schön eine Stube. Hm. Ich baue mal hier etwas für die hin. So. Sieht ja zwar eng aus, aber... Die sind ja nur Hunde. Okay, ich weiß, wie dich das anhört. Hunde sind sehr schlaue. Tiere ärgert die nicht. Sind sehr lieb, meistens. Aber ich meine, es sind ja nur Minecraft-Tiere, aber du drückst dem. Die brauchen hier eine schöne Stube, Leute. Ich brauche euch erstmal für die drei schön was hier. So. So. Okay. Wir gucken auch gleich mal bei dem Ehrenbruder Fuchs vorbei. Okay, wir gucken mal bei dem Ehrenbruder Fuchs vorbei. Was geht? Hey Ozi-Boss, haben die Leute schon auf Ehre geliebt und abonniert und CC sind nun 44 CCC-Tachi. Und den Punkt nicht vergessen. Ich hoffe mal schon, Leute. Das wäre sehr, sehr ehrenhaft. Wir haben übrigens neue Mitbewohner. Willst du die gleich mal kennenlernen? Ich weiß nicht, ob ihr euch gut versteht. Naja, aber die haben ihre Cousins und Brüder dabei. Okay, leg dich nicht mit dem an. So. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Da kann es schön liegen. Alles gut. Nein, wo ist die Leine? Der ist so süß. Der will jetzt ab, haut drastisch aus. Jetzt mal die Leine holen. Okay Leute, das Video geht jetzt heute nicht so lange. Aber es geht noch bis hier ein paar Minuten. Ich weiß auch nicht mehr, ich habe nicht so viele Ideen, weil ich es jetzt in Minecraft so machen soll. Ich habe nämlich echt Lust auf ein neues Projekt, bin ich euch ganz ehrlich. Komm mit. Wir müssen glaube ich noch zwölf Folgen, ne. Wir müssen noch ein paar Folgen machen, bis zwölf Folgen sind wenigstens. Komm. Der ist nicht so blöd wie ich und dringt durch die Bergenbücher. Na komm mein süßer. Fein gemacht. Feini. Hier, gönn dir. Nam nam nam. Ich gönn mir auch mal. Gönn dir noch eine. Komm, weil du so lieb bist und brav. Ja. So brav bist du. Ja, ich bin brav und lieb, weil du so eine tolle Community hast. Hier, ich gönn dir. Ja, Kuss. Geht raus, du sagst es, Bro. Kuss. Ehre. Hier, ich gönn dir noch eine. Hier, gönn dir. Brudi, gönn dir. Mir hauts. Hehe. So ein süßer. Noch was, hä? Ach, du hörst nicht lange die ganze Zeit. Hier, du süßer. Ja. Ja. Okay, Leute. Ich will sagen, das war's mit dem Video. Bleibt gesund. Haut rein, Leute. Ciao. Das heißt, ciao, Brudi. Aber ja, Leute. Ich will sagen, der Fuchs hat recht. Das war's mit dem Video. Haut da rein, Leute. Ciao. Es geht ein Like und ein Abo da. Sorry, dass ich das so oft heute gesagt habe. Für die Werbung. Aber, Leute. Ich hab's mit einer App gemacht, diese Stimmen. Und, ja. Guten Appetit, Fuchs. Mit vollem Mund spricht man nicht, Brudi. Aber, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Bleibt gesund. Haut rein, Leute. Ciao.